Herzlich willkommen zu unserer Dezember-Challenge bei uns im Crossfit Passa. Diesmal haben wir uns eine Übung überlegt, ein Mix zwischen Koordination und Gleichgewicht. Und zwar, was ihr dafür braucht, ist einmal eine Metallrolle, ein Holzbrett und eine 2,5-Kiloscheibe. Also, ihr legt das Metallrohr auf den Boden und das Brett wieder drauf. Die Gewichtsscheibe nehmt ihr in die Hand und ihr habt 60 Sekunden Zeit, die Übung auszuführen. Übung bedeutet, ihr habt die Gewichtsscheibe in der Hand und geht mit der, wenn sie auf dem Brett steht, einmal im Kreis um den Körper. Die insgesamt roten Zellen, die ihr quasi schafft, mit der Plate rund zu kommen, bedeutet 1, 2, 3 und so weiter. Mitzählen dürft ihr aber nur, wenn beide Seiten vom Brett in der Luft sind. Also, wenn sie draufsteht und beide einmal höher sind. Und dafür habt ihr 60 Sekunden Zeit und so oft es geht, wieder rauf, wieder versuchen, dass irgendwas über und umkommt und 60 Sekunden durchfahren. Viel Spaß! Fürs medldre�! 5-6-5-6-9-6-8-5-7-7-8-7-0-5-5-7-7-9-7-9-6-8-7-6-8-7-8-8-8.